Okay, heb deinen Arm. Sag mal, los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Frei nach dem Motto, hilft's nichts, schadet's nichts. Du schaffst es, Joel. Hoffen wir's. Ansonsten haben wir ein Problem. Besuch. Besuch. Sag ich doch. Oh, scheiße. Sie sind hier. Ich werd versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Mist. Au. Lauf, Pferd, lauf. Oh, oh Gott. Da sind Unmengen. Ja, hau ab. Hau ab, du Arsch. Ah, Gott sei Dank. Nichts wie mittendurch. Ja, worauf du einen lassen kannst. Na komm schon. Ernsthaft? Du willst mich doch verscheißen, oder? Rumpel mit dir. Nicht fahren, nicht erlaubt. Au. Komm, gib Gas. Warte. Nicht unter das Pferd, bitte. Ernsthaft? Haben die grad das Pferd abgeknallt? Oh, Mann. Nein. Scheiße. Wo ist sie? Sie ist den Abhang runtergefallen. Oh, oh, okay. Also, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich brauche jetzt mal kurze Pause. Wir sehen uns sofort wieder. Ja. Da sind wir wieder. Und wir machen uns mal auf den Weg nach unten. Versuchen es halt zumindest mal. Ohne, dass wir entdeckt werden. Wir rennen zu den Hütten. Sie rennen. Ja, okay. Dann. Wozu soll ich mich dann verstecken? Gut. Pferd tot. Joel schwer verletzt. Ich allein unterwegs. Wieder mal. Keine Munition. Toll. Ist nix. Niemand. Oh, nett. Danke. Ausrüstung. Danke. Nichts. Nichts. Da vorne ist... Okay, vier. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Toll. Bist du's Arschloch? Ja. Sehen wir mal nach. Ich seh's! Alter! Gib mir Deckung! Keine Sorge! Hat sie! Mhm. Weißt du was du hast? Ein Loch im Kopf. Mhm. Mhm. Durch die Wand oder durch den Baum durch? Dafür zahlst du, kleines Miststück! Mhm. Bitte. Kannst du das Retourgeld behalten? Oh Gott! Okay. Wir kommen! Okay. Das lief gar nicht so gut. Okay. Das lief gar nicht so gut. Ja! Dito! Natürlich kommt er zu mir her. Sonst noch jemand in der Nähe? Im Moment? Nein. Nein. Wenigstens einer trifft. Ahahaha. Wow. Schwere Geburt. Wow. Schwere Geburt. Wo? Die nehm ich. Oh, ne Schrotflinte. Danke. Okay. Ich seh sie! Auf der Veranda! Nein, hast du nicht! Okay. Ich seh sie! Scheiß siehst du. Sorry. Die nehm ich mal mit. Ich seh sie nicht! Du! Sieh sie weg! Wo auch immer sie sind, sie sind im Moment weit weg. Ich würde mich hier nochmal gerne umsehen. Oh! Eben genau deswegen. Da drüben glänzt auch noch was. Na siehste. Die können wir gut gebrauchen. Dann lass mal sehen. Soweit. So niemand. Okay. Irgendjemand sichtbar? Nein. Hast du was fallen gelassen? Nein. Du bist ja komplett umsonst. Wie auch immer ich da rankomme. Aber soll mir recht sein. Dann rein mit uns. Hier ist er umgefallen. Gerne. Wenn die Tücher voll sind, würde ich das ausnutzen. Danke. Oh schön. Oh schön. Oh schön. Oh schön. War das ich? So weit. Alles ruhig. Hm. Lass mal ein bisschen da rankrabbeln. Die nehm ich. Ja, soweit. Alles ruhig. Aber lass bitte den Bogen ausgerüstet. Danke. Ah, wir gehen hinten rein. Ich will nicht vorne am Präsentierteller landen. Aber wo sind sie? Keine Angst. Sie werden schon noch auftauchen. Die Hütte da oben macht mir Angst. Da könnte jemand taktischen Vorteil haben. Nehme ich gerne. Danke. Immer her damit. Immer her damit. Immer her damit. Mhm. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Okay. Toll. Da wollte ich nicht hin. Die zwei. Aber die höre ich nicht. Ansonsten. Er ist mir zu weit weg für den Bogen. Schaffe ich das? Könnte hinhauen. Geh rüber, Elli. Danke. Naja. Zumindest einen sehe ich. Danke schön. Und wo ist der zweite? Ach da. Wo ist der zweite? Nee. Kriege ich nicht. Ja, ja. Das sieht nach Ausgang aus. Mhm. Puh. Das hat perfekt hingehauen. Na, wo bist du jetzt, Scheißerchen? Da hinten. Okay. Darauf wollen wir. Okay. Ohne Waffe. Ohne alles. Okay. Nehme ich so. Ich weiß, wir müssen zum Ausgang. Ich würde mich trotzdem gerne hier in den Toiletten umsehen. Ob es hier noch irgendwas gibt, aber es sieht nicht so aus. Eine Flasche, okay. 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 Nicht wirklich das, was ich gesucht habe. Puh. Das war ganz schön heavy, das Stück hier herüber. Okay. Ist voll. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir weiterkommen. Was haben wir hier? Okay. Der sollte hier ausführen. Dann hoffen wir das Beste. Das sieht ja jetzt nicht sehr einladend aus, aber... Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Ja, das klingt nach einem Plan. Oh shit. Oh je. Von allen möglichen Wegen, die ich entdecken hätte können. Ist es genau der in ihren Ort oder in ihr Dorf? Alter Verwalter. Ich dachte, da steht wer. Weiß es. Nur ein Wegweiser. Cliffside Walk. Okay. Wieder mal ein Point of no return. Ich meine, ist nett hier, ja, aber... Puh. Mhm. Schön vorsichtig. Äh, ja. Ich wollte C und nicht F. Danke. Oh, sieh mal einer an. Savage Starlight. Ja. Genau das, was ich jetzt brauche. Buch 8. Negentrop... Negentropie? Negentropie? Dank Captain Ryans Führerschaft und Danielas technischem Wissen wurden die Überfälle der letzten Wacht noch waghalsiger. Wird sie als Wissenschaftlerin es aushalten, ihre Gabe für die Vernichtung einzusetzen? Tja, diese Frage stellen wir uns alle. Die Antwort darauf gibt es nächste Woche. Okay. Ahem. Okay. Ah. Ah. Da komm ich nicht durch. Echt nicht? Nö. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der gleiche Trick zweimal funktioniert. Ähm. So, das war's. Krass. Das sollte helfen. Krass. Lass mal kicken. Ja. Das reicht. Welcher Wumms da nötig war, um diesen Mülleimer durch dieses Metallrohr zu treiben, möchte ich ja gar nicht wissen. Aber... Wo? Da rauf. Okay. Okay. Und noch ein Point of no return. Hier tauchen doch sicher gleich wieder Typis auf, oder? Ja. Ja. Zeig ich's nicht. Lass mal lauschen. Ich hör sie noch nicht. Okay. Mhm. Mindestens drei. Einer geht unten lang. Oh, mieses Anschlag. Hier ist sie. Na komm schon. Stich zu, Ellie. Wie bist du denn? Ah. Mhm. Aber nicht heute. Na klar. Der trifft blind. Ah. Ich bin etwas zu waghalsig. Na Tor. Hey. Die ist hier drüben. Ja. Vergiss es. Vergiss es. Ja. Das kann nicht funktionieren. Ich muss mich hier zurückziehen. Und zwar ganz schnell. Je weiter desto besser. Ja. 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 Wir gucken nur noch mal. Ich bin groß. Vielen Dank.